Fitness mit Marc, Folge 89. Moin Moin, hier ist Marc Maslow, dein Dranbleiben-Fitness-Coach von Marathonfitness.de. Die heutige Folge liefert dir einen unfairen Wissensvorteil. Es geht um Vitamine. Heute erfährst du alles, was du über Vitamine wissen musst. Liebst du Bücher und hast eine Liste von Büchern, die so lang ist, dass du sie niemals lesen können wirst? Dann hat Audible die perfekte Lösung für dich. Wie wäre es, wenn du dir diese Bücher einfach vorlesen lässt, während du unterwegs bist, auf dem Weg zur Arbeit, beim Einkaufen oder beim Wäscheaufhängen? Die App ist kostenlos und läuft auf allen deinen Lieblingsgeräten. Und weil Audible über 150.000 Hörbücher im Programm hat, findest du auch immer etwas Neues und Interessantes, das du gerne hörst. Anders als bei Musik- oder TV-Streaming Angeboten gehören deine Hörbücher bei Audible dir. Das heißt, du kannst sie zum Beispiel mit deinem Smartphone jederzeit und überall hören. Tja, und wenn dir mal ein Buch nicht gefällt, dann ist das kein Problem. Du kannst es jederzeit gegen ein anderes Hörbuch eintauschen, ohne Wenn und Aber. Als Fitness mit Mark-Hörer bekommst du die Audible-Mitgliedschaft für ein halbes Jahr zum halben Preis. Geh dazu auf www.fmmbuch.de, fmm wie Fitness mit Mark und dann Buch.de. Unterstütze Fitness mit Mark und geh auf www.fmmbuch.de. Dort bekommst du deine Mitgliedschaft für die ersten sechs Monate zum halben Preis 4,95 Euro pro Monat. Das Thema heute Vitamine. Es geht um 16 nackt gut aussehen Superkräfte, die tief in dir schlummern und wie du sie entfesselst. Ja, es geht um Vitamine. Und es geht auch um natürliche Lebensmittel, die dir diese Vitamine liefern. Ganz genau 147 natürliche Lebensmittel, die voll damit sind. Erinnern wir uns an Folge 5 und Folge 6 von Fitness mit Mark. Dort hatte ich den Sport- und Ernährungsmediziner Nils Schulz-Rutenberg zu Gast. Und wir haben darüber gesprochen, was gesunde Ernährung ausmacht und wir haben auch über Vitamine gesprochen und festgestellt, dass ein Vitaminmangel in Deutschland nicht die Ausnahme ist, sondern tatsächlich eher die Regel. Das zeigt auch die nationale Verzehrstudie 2. Dein Stoffwechsel braucht Vitamine, um seine Arbeit verrichten zu können. Und für unseren Zweck Nackt gut aussehen hilft er dir dabei, Muskeln aufzubauen, Fett abzubauen. Er liefert dir Energie. Er sorgt dafür, dass du Glückshormone ausschüttest und erwehrt Bakterien und Viren ab. Und wenn die Vitamine fehlen, dann kommt Sand ins Getriebe. Ich gebe zu, das Thema Vitamine, das ist relativ wissenschaftlich und wenn du da in die Details reingehst, dann kann es auch ziemlich dröge sein. Deswegen möchte ich an dieser Stelle schon mal auf meine Shownotes verweisen. Marathonfitness.de-podcast und dann gehst du auf die heutige Folge 89. Und dort findest du noch weitere Informationen zu allem, was ich dir heute in der heutigen Folge mitteilen werde. Und zwar Zahlen, Daten, Fakten, anhand derer du nachgucken kannst, wie du deinen täglichen Vitaminbedarf decken kannst. Hier in diesem Podcast gebe ich dir ein bisschen Grundverständnis mit. Und zwar das, was du wissen musst, um intuitiv ein Gefühl zu haben, davon, welche Vitamine was in deinem Stoffwechsel anrichten oder wie sie dir dabei helfen, Nackt gut auszusehen. Und wenn man sich das genau anguckt, dann ist es wirklich faszinierend. Ich finde es immer wieder faszinierend, was Vitamine in deinem Körper bewirken. Sie liefern dir wirklich Superkräfte und sie entfesseln das Potenzial, das in dir schlummert. Zum Thema Superkräfte. Kennst du diese Filme, die Marvel-Comic-Verfilmung, zum Beispiel The Avengers. Das ist einer der Filme der letzten Jahre, den ich ziemlich cool fand. Und dort retten sieben Superhelden eine Welt, die am Abgrund steht. Wie sollte es auch anders sein? Und jeder dieser sieben Superhelden, der bringt großartige Fähigkeiten mit. Der Punkt ist der, alleine wäre jeder der Superhelden an der großen Herausforderung, der sie sich stellen müssen, kläglich gescheitert. Aber als Team entfalten die Avengers eine Durchschlagskraft, die sie nahezu unbesiegbar macht. Und wenn wir über Vitamine reden, dann ist das ganz genauso. Die sind wie die Superhelden in The Avengers. Jedes Vitamin hat besondere Fähigkeiten. Aber alleine kann es wenig ausrichten. Im Team mit anderen Vitaminen macht es dich unschlagbar. Ja und in der heutigen Folge decken wir gemeinsam das Geheimnis auf. Wir gehen die einzelnen Vitamine mal durch und du erfährst, welches Vitamin welche deiner Superkräfte entfesseln kann und was passiert, wenn der Vitalstoff fehlt. Und wie du dir vielleicht denken kannst, ist die Geschichte eines Superhelden nicht in einer einzigen Podcast-Episode erzählt. Hey, immerhin brauchte Iron Man auch ganze drei Kinofilme. Bisher wohlgemerkt. Ja und er ist auch nur einer von sieben. Deswegen gebe ich dir hier einen Einstieg, ein Grundverständnis und alles weitere kannst du in den Shownotes nachlesen. Es geht auch nicht um sieben, sondern um 16 Superkräfte. Das heißt, wir bohren heute ein dickes Brett, Schritt für Schritt, Superkraft für Superkraft. Und der Punkt ist mir nochmal wichtig. Du musst dir auch nicht jedes Detail merken. Was ich dir empfehle ist, schau dir die Shownotes an und nutze die Vorteile, die der Podcast bietet. Du kannst es gerne nochmal anhören und du kannst auch auf die Zurückspulen-Taste drücken und die Sache nochmal anhören. Das Wissen in der heutigen Folge, das hilft dir, wenn zum Beispiel die Fortschritte momentan ausbleiben und du wissen möchtest, ob es vielleicht an einem Nährstoffmangel liegen könnte. Es hilft dir auch, wenn ein Vitaminmangel diagnostiziert wurde, du vielleicht schon beim Arzt warst und du einfach mehr darüber erfahren willst. Vielleicht nimmst du auch Nahrungsergänzungsmittel und bist dir nicht so ganz sicher, ob das so richtig ist und ob du vielleicht sogar zu hoch dosierst. Und darauf gehe ich ein bisschen ein in dieser Folge. Die genauen Zahlen, die findest du in den Shownotes. Damit möchte ich dich einfach nicht langweilen. Die Infos heute, die helfen dir auch, wenn du vielleicht nicht unbedingt auf Nahrungsergänzungsmittel setzen möchtest, sondern erstmal natürliche Lebensmittel verwenden möchtest, um deinen Bedarf zu decken. Und das empfehle ich jedem. Und last but not least, du erfährst viel über deinen Stoffwechsel. Wir lüften heute gemeinsam das Geheimnis, was Vitamine eigentlich für Aufgaben in deinem Körper übernehmen. Und dabei entdeckst du das Geheimnis jedes einzelnen Vitamins. Welche Funktion erfüllt es, welche Dosis brauchst du und in welchem Lebensmittel findest du es. Und zur Dosierung möchte ich dir noch ein bisschen Grundverständnis mitgeben. Denn das, was du wissen solltest, ist, dass es hier verschiedene Richtlinien gibt. Es gibt auf der einen Seite die Empfehlungen aus dem deutschsprachigen Raum, die sogenannten Dachempfehlungen, Deutschland, Österreich und Schweiz. Und das sind die Werte, die du auf den Lebensmitteln selbst oder in Tabellen findest. Das sind offizielle Minimalvorgaben für Erwachsene aus dem deutschsprachigen Raum. Und das sind Werte, die den abgesicherten Minimalkonsens abbilden, auf denen alle möglichen Fachleute, Lobbygruppen und so weiter sich bisher einigen konnten. Wenn du auf einer Verpackung eines Lebensmittels oder wenn du zum Beispiel Nährstoffdatenbanken nachguckst, einen Wert findest oder eine Kennzeichnung siehst, dann ist das diese Dachempfehlung. Da steht meistens auch ein Prozentwert. Und dieser Prozentwert, der zeigt dir, wie viel des einzelnen Vitalstoffs in Relation zur Empfehlung enthalten ist. Das würde zum Beispiel heißen, wenn dort steht Vitamin C 100%, dann sind das 100% dieser offiziellen Minimalvorgaben. So, das ist aber nicht der einzige Wert, den es gibt, sondern wenn wir mit Ernährungsmedizinern reden, mit Fachärzten reden, dann gibt es häufig andere Werte. Das sind Werte, die Ernährungsmediziner zur Prävention empfehlen. Und für die meisten Vitalstoffe ist dieser Wert höher als die Empfehlung, die auf den Packungen draufsteht und die diesen Minimalkonsens entsprechen. Und ein dritter Wert, der auch wichtig zu wissen ist und das ist besonders wichtig bei den sogenannten fettlöslichen Vitaminen. Hier sollte man darauf achten, dass du dich zu hoch dosierst. Hier gibt es auf jeden Fall eine obere Grenze, die ich in den Shownotes rausgesucht habe. Hier kannst du das für dich mal nachprüfen, falls du Ergänzungsmittel nimmst, dass du da nicht drüber landest. Und es gibt auch Werte, die in der Therapie genutzt werden. Also wenn Mängel diagnostiziert sind oder bestimmte Krankheitsbilder erkannt sind, dann nutzen Ärzte auch Vitamine gezielt zur Therapie. Und hier werden häufig auch andere Dosierungen verwendet. All das habe ich dir zusammengeschrieben und damit möchte ich dich, wie gesagt, in diesem Podcast nicht langweilen. Was du von mir noch an die Hand bekommst, sind zu jedem Vitamin 10 Lebensmittel, die zu den Top 10 gehören, die richtig viel von dem einzelnen Vitamin liefern. So, genug Vorgeplänke. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal durch. Wir beginnen mit dem Vitamin A und das liefert dir A wie Adleraugen. Warum brauchst du Vitamin A? Nun, nackt gut aussehen, da ist ja auch das Wort sehen enthalten und nackt gut aussehen, setzt auch sehen voraus. Vitamin A spielt eine Hauptrolle für die Funktion deiner Augen. Wenn du nachts schlecht siehst, dann könnte das mit einem Vitamin A Mangel zusammenhängen. Vitamin A spielt außerdem eine Hauptrolle bei der Herstellung der Geschlechtshormone und die lassen nun mal Muskeln wachsen und schmelzen Fett ab. Konkret ist Vitamin A ein Akteur im Hormonstoffwechsel. Und zwar konkret bei den Schilddrüsenhormonen und den Muskelaufbauenden Hormonen spielt es eine Rolle. Vitamin A sorgt auch für gesunde Schleimhäute und hält sie frei von Infekten. Schleimhäute findest du zum Beispiel im Lunge, im Rachen, im Mund, im Magen, Darm, in den Haarenwegen, bei Frauen im Eileiter und im Genitaltrakt. Ja und Vitamin A, ich hatte ja schon gesagt, sehen. Vitamin A ist tatsächlich ein Hauptbestandteil deines Sehpurpors, zwar in deinem Auge und das sind die Zellen, die fürs Hell-, Dunkel- und Nachtsehen verantwortlich sind. Vitamin A wirkt auch gegen unkontrolliertes Wachstum von Krebszellen und es steigert die Produktion von Immunzellen in deinem Körper. Symptome bei einem Vitamin A Mangel können sein Müdigkeit, Infektanfälligkeit, Nachtblindheit, Testosteronmangel, trockene Haut oder graue Haare, ein erhöhtes Krebsrisiko und eine Überfunktion der Schilddrüse. Vitamin A ist fettlöslich, das heißt, wenn du ein Präparat verwendest, solltest du es immer mit einer fettenthaltenen Mahlzeit aufnehmen. Und Raucher haben einen erhöhten Bedarf an Vitamin A. Kommen wir zum zweiten Vitamin, Beta-Carotin. Die Superkraft, Beta-Carotin dir gibt, ist ein Schutzschild. Warum brauchst du das? Beta-Carotin ist die biochemische Vorstufe zu Vitamin A und es ist ein starkes Antioxidant. Ein Antioxidant schützt deine Körperzellen vor Zellschäden. Und du brauchst Antioxidantien, um sogenannte freie Radikale abwehren zu können. Hast du dich schon mal gefragt, warum ein Apfel braun wird, wenn du ihn aufschneidest? Nun, das ist das Werk sogenannter freier Radikale. Und freie Radikale sind aggressive Elektronenteilchen aus Licht und Sauerstoff. Und die bringen bei dem Apfel die obersten Zellen zum Platzen. Tja, und wenn du jetzt ein Experiment machst, dann schneide den Apfel auf und bestreue ihn mit Zitronensaft oder meinetwegen gleich mit Vitamin C oder wenn du es verfügbar hättest, auch mit Beta-Carotin. Und das Ergebnis ist, die Schnittfläche bleibt hell. Das liegt daran, dass ein Antioxidant wie Vitamin C oder Beta-Carotin die freien Radikale abfängt und die Zellen vor der Oxidation, also dem Zerplatzen, schützt. Ja, und wodurch entstehen freie Radikale? Einmal durch UV-Licht, ionisierende Strahlung, die bei uns in der Atmosphäre vorherrscht, aber auch durch Schadstoffe in Umwelt und Haushalt. Raucher, die produzieren durch das Rauchen viele freie Radikale oder nehmen sie auf. Medikamente können das auch bewirken, Erkrankungen, das Immunsystem produziert freie Radikale. Sport, Sportler produzieren allein durch die Stoffwechselaktivität freie Radikale. Stress, wer viel Stress hat oder sich viel stresst, der produziert auch viele freie Radikale und auch die falsche Ernährung kann das bewirken. So, Beta-Carotin, warum heißt es Beta? Also Beta-Carotin ist eins von etwa 50 Karotinoiden, die freie Radikale neutralisieren und die auch Erkrankungen, die durch freie Radikale entstehen, vermindern können. Zum Beispiel Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, grauer Starr und so weiter. Freie Radikale helfen das Immunsystem zu stärken und aktivieren es auch. Und was ganz wichtig ist hier, Beta-Carotin ist ein Teamplayer. Es macht wenig Sinn, Beta-Carotin isoliert als Supplement aufzunehmen, weil du die gesamte Mannschaft brauchst. Du brauchst alle Superhelden, so wie bei The Avengers. Und die sicherst du dir am besten, indem du viel Obst und Gemüse isst, denn dort ist alles enthalten. Oder meinetwegen, wenn das mal knapp werden sollte, dann kannst du auch einen Greens-Pulver, wie in Folge 24 vorgestellt verwenden. Mögliche Symptome bei einem Beta-Carotin-Mangel sind ein erhöhtes Risiko für Krebs und Herzinfarkt oder eine erhöhte Infektanfälligkeit. Beta-Carotin ist enthalten in Süßkartoffeln, Karotten, gekochten Spinat, Römer-Salat, Kürbis, Kantalupe-Melone, Paprika, insbesondere roter Paprika, getrockneten Aprikosen, Erbsen und Brokkoli. Kommen wir zum nächsten Superhelden. Vitamin B1 oder Thiamin. Und das macht dich intelligent. Denn ohne Vitamin B1 ist Lernen, ist Intelligenz schwer möglich. Vitamin B1 ist Teil einer Heerschar von Enzymen, die Kohlenhydrate aus deiner Nahrung in klitzekleine Zuckermoleküle, die Glucose, aufspalten. Und die kann dein Körper als Energiequelle verwerten. Denn deine Nerven und dein Gehirn können kein Fett verwerten. Deswegen brauchen sie Glucose, sind darauf angewiesen, um zu funktionieren. Und wenn die ausbleibt, dann wirst du zuerst dünnhäutig und reizbar. Danach wirst du müde, träge und abgeschlagen. Daneben ist Vitamin B1 selbst aktiv in der Leitung von Nervenimpulsen. Es ist also ein Bindeglied zwischen deinem Gehirn und deinen Muskeln. Vitamin B1 ist auch an der Produktion des Botenstoffs Serotonin beteiligt, der deine Stimmung anhebt und der dich ausgeglichen und ruhig werden lässt. Funktion nochmal im Überblick. Vitamin B1 ist Treibstoff für dein Gehirn, steigert die Gedächtnisleistung, die Lernfähigkeit und Konzentration, ist aktiv in der Leitung von Nervenimpulsen zwischen deinem Gehirn und den Muskeln beteiligt. Es ist auch ein Akteur in der Bildung von Glücks- und Leistungshormonen. Und gerade wer viele schnelle Kohlenhydrate isst, wie zum Beispiel Fertigprodukte oder Zucker, Weißmehl und so weiter, der hat einen erhöhten Bedarf von Vitamin B1. Ja und wenn davon zu wenig da ist, und zwar reicht hier schon ein leichter Mangel, der ist reizbar, aggressiv, leidet eher unter Stimmungsschwankungen, Müdigkeit, Muskelschwäche und auch Vergesslichkeit. Vitamin B1 ist wasserlöslich. Sportler, Raucher und Menschen, die sich viel stressen, haben einen erhöhten Bedarf daran. Ja und jetzt fragst du dich vielleicht, wie bekomme ich das über natürliche Lebensmittel? Hier sind meine Top 10. Bierhefe, Weizenkeime, Sonnenblumenkerne, Schweinefleisch, Bohnen, Macadamianüsse, Haferflocken, Forelle, Grünkohl und Rindfleisch sind Top Vitamin B1 Lieferanten. Tja und nachdem B1 kommt, das B2, Vitamin B2 wird auch Riboflavin genannt. Und das liefert dir einen Energieschub. Warum? Nun, jede deiner Körperzellen produziert laufend Energie. Energie, die du zum Leben brauchst, wie ein Kraftwerk. Vitamin B2 ist eins der Vitamine, die diese Energieproduktion aus Kohlenhydraten, aus Fett und aus Eiweiß steuern. Enzyme, die aus Vitamin B2 bestehen, übernehmen in diesem Prozess eine Transportaufgabe. Und wenn die fehlen, dann kann weniger Energie in Form von ATP bereitgestellt werden. ATP hast du vielleicht schon mal im Bio-Unterricht gehört. Das steht für Adenosintrifosphat und das ist ein Molekül, das Energie liefert und in jeder lebenden Zelle vorkommt. Dein Körper braucht es zum Beispiel für Muskelkontraktion, also beim Training. Vitamin B2 wird aber auch bei der Fettverbrennung benötigt. Wenn du zu wenig davon hast, dann laufen deine Fettverbrennungsöfen nur auf halber Kraft. Und weil dein Körper das wasserlösliche Vitamin B2 kaum speichert, ist ein gewisser Überschuss vorteilhaft. Und zwar dann, wenn du zusätzliches Fett verbrennen möchtest. Lass uns die Funktion nochmal im Überblick durchgehen. Vitamin B2 verbessert deinen Schutz vor freien Radikalen. Es ist wichtig für die Energieproduktion in der Zelle, Stichwort ATP. Es spielt eine Rolle im Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel und zwar als Transportkapazität. Und es wehrt Infektionen und Tumorzellen ab. Mögliche Symptome bei einem Mangel sind, das liegt hier auf der Hand, Muskelschwäche, schlechte Fettverbrennung, das hatte ich eben schon erwähnt. Aber auch Depression und Lethargie, Lichtempfindlichkeit der Augen und Schuppenbildung. So und an der Stelle nochmal eine Info. Vielleicht fragst du dich jetzt, wo ich diese ganzen Funktionen und auch Symptome herhabe. Ich habe mich da im Wesentlichen bezogen auf ein ernährungsmedizinisches Handbuch. Das ist der sogenannte Gröber. Ein Handbuch für Mikronährstoffe. Hervorragende Übersicht kann ich nur empfehlen und findest du auch bei mir in den Literaturangaben in den Shownotes. So, was enthält viel Vitamin B2? Hier sind die 10 Top Lebensmittel. Bierhefe, Schweineleber, Ziegenkäse, Mandeln, Hühnerbrust, Rindersteak, Weizenkeime, Makrele, Eier und Champignons sind tolle Vitamin B2 Lieferanten. Nach B2 kommt B3 und Vitamin B3 wird auch Niacin genannt. Das liefert dir die Superkraft totale Ruhe. Niacin ist ein echtes Psychovitamin. Wenn auch über Umwege. Lass mich ein bisschen ausholen. Dein Stoffwechsel braucht Niacin. Ähnlich wie Vitamin B2. Und zwar für die Energieproduktion in den Zellen. Die gute Nachricht ist, wenn du zu wenig Niacin hast, dann stellt dein Körper das selbst her. Und zwar aus der Aminosäure Tryptophan. Der Punkt ist der. Du brauchst Tryptophan auch, um das Ruhehormon Serotonin und das Schlafhormon Melatonin herzustellen. Und wenn dein Körper zu viel Tryptophan in Niacin umwandelt, dann stockt die Hormonproduktion leider. Und du wirst unruhig, schlaflos, aggressiv oder depressiv. Niacin reguliert die Energiebereitstellung in deinen Zellen. Auch hier wieder das Stichwort ATP. Es schützt deine Zellen gegen Oxidation. Unterstützt den Auf- und Abbau von Kohlenhydraten, Fetten und Aminosäuren. Es kann auch die DNA reparieren. Und es reguliert deinen Blutzuckerspiegel. Und wenn du zu wenig davon hättest, dann würden folgende Symptome auftreten. Muskelschwäche, depressive Verstimmung, Erschöpfung, Gedächtnisstörungen, Schlaflosigkeit und du würdest es auch an der Haut merken können, weil sich Schuppen bilden. Niacin ist besonders in folgenden 10 Lebensmitteln enthalten. Thunfisch, Leber, Hühnchenfleisch, Erdnüsse, Schweinefleisch, Rindfleisch, Sonnenblumenkernen, Champignons, Erbsen und Avocado. Wir kommen zum nächsten Superhelden, dem Vitamin B5. Das auch Pantothensäure genannt wird. Die Superkraft, die du dadurch bekommst, ist perfekte Haut. Warum brauchst du es? Nun, nackt gut aussehen ist ja mehr als definierte Muskeln. Nackt gut aussehen bedeutet auch ein glänzendes, dichtes Haar und eine schöne Haut. Pantothensäure trägt dazu bei her. Aber sie braucht die Unterstützung aller B-Vitamine. Und sie braucht auch Vitamin C und Vitamin A. Und hier kommt wieder der Teamplayer-Gedanke ins Spiel. Der Vorteil ist, fast alle Lebensmittel enthalten Pantothensäure. Und da in einen Mangel zu rutschen, das ist selbst bei einer durchschnittlichen Ernährung ziemlich unwahrscheinlich. Pantothensäure reguliert die Energiebereitstellung in den Zellen über ATP, unterstützt den Auf- und Abbau von Kohlenhydraten, Fetten, Aminosäuren und regelt die Synthese von Muskelaufbau und Geschlechtshormonen. Außerdem fördert es die Heilung von Wunden. Tja, und wer hier einen Mangel hätte, was wie gesagt bei einer durchschnittlichen Ernährung fast nicht vorkommt, der wäre anfälliger für Infekte, Müdigkeit würde sich breit machen, Kopfschmerzen könnten auftreten, Depressionen, Schlafstörungen, Muskelschwäche, eine geringere Stresstoleranz, Entzündungen, schlecht heilende Wunden, Muskelkrämpfe, Heißhunger und auch Störungen des Fettstoffwechsels. Pantothensäure ist in fast allen Lebensmitteln enthalten, besonders viel in Sonnenblumenkern, Shiitakepilzen, Ziegenkäse, Forelle, Schweinefleisch, Rind- und Wildfleisch, Lachs, Avocados, Eiern und Geflügel. Vitamin B6 Vitamin B6 erweckt Eiweiß zum Leben. Vitamin B6 ist am Aufbau und Abbau aller Eiweißstrukturen im Körper und damit auch am Muskelaufbau beteiligt. Und deswegen liefert es dir auch die Superkraft, die ich Muskelfabrik nenne. Wenn du zu wenig Vitamin B6 hättest, dann bremst das nicht nur den Muskelaufbau, sondern den Aufbau aller neuen Zellen. Und zunächst wären hier die Nervenbotenstoffe betroffen, die deine Gefühlswelt beeinflussen. Dann würdest du aggressiv werden, unkonzentriert und unruhig. Und deswegen ist ein schwerer Pantothensäuremangel mit einem starken Muskelabbau verbunden. Je mehr Eiweiß du isst, desto mehr Vitamin B6 benötigst du auch. Und das macht Sinn, weil das ja verarbeitet werden muss. Hier solltest du wissen, dass die offiziellen Vitamin B6-Verzehrempfehlungen sich auf die Eiweißzufuhr der Normalbevölkerung beziehen, die meistens ja nicht so viel Eiweiß essen. Das heißt, Dranbleiber, die zum Muskelauf- oder Fettabbau die doppelte oder dreifache Menge an Eiweiß essen, wie der Normaldeutsche, die brauchen zusätzliches Vitamin B6. Denn sonst landen die Aminosäuren nicht in den Muskeln, sondern in der Toilette. Lass uns das nochmal zusammenfassen. Vitamin B6 übernimmt folgende Funktion. Es ist ein Akteur im Proteinstoffwechsel. Es dirigiert die einzelnen Aminosäuren zu deinen Muskeln, zu deinen Nerven und ins Immunsystem. Es ist auch an der Herstellung von Glücks- und Leistungshormonen beteiligt und reguliert die Wirkung deiner Muskelaufbau-Hormone. Wenn du zu wenig davon hättest, dann würdest du das an folgenden Symptomen merken können. Muskelabbau, Muskelschwäche, Schlafschwierigkeiten, Nervosität, schlechte Laune oder gar Depression und Schuppenbildung. Vitamin B6 ist wasserlöslich und wer viel Sport macht, insbesondere Kraftsportler, haben einen erhöhten Bedarf. Das gilt auch für Raucher. Lebensmittel, die viel Vitamin B6 enthalten, sind folgende. Sonnenblumenkerne, Pistazien, Thunfisch, Lachs, Sardinen, Hühnerfleisch, Trockenflaumen, Banane, Avocado und Kartoffeln. Kommen wir zum nächsten Superstar hier, dem Vitamin B9, der Folsäure. Und die liefert dir Höhenflüge. Warum brauchst du Folsäure? Folensäure kann deine Nervenzellen begeistern. Sie wirkt an der Produktion der Glücksbotenstoffe Serotonin, Noradrenalin und Dopamin mit. Ohne Folsäure sind emotionale Höhenflüge nur schwer möglich. Und manchmal frage ich mich, ob die ganzen mürrischen Gesichter in unseren Straßen mit einem Mangel an Folsäure zusammenhängen. Denn Deutschland ist Folsäure-Mangelland. Laut der Nationalen Verzehrsstudie 2 erfüllen über 80% der Deutschen nicht mal die Folsäure-Mindestempfehlung. Und wenn der Folsäure-Spiegel in deinem Gehirn fällt, dann verlierst du an Lebenslust. Wenn wir uns Untersuchungen angucken, dann leidet ein Viertel aller depressiven Menschen unter einem Folsäure-Mangel. Der Ernährungsmediziner Dr. Strunz sieht die Ursache dieses Mangels darin, dass, und ich zitiere, mit den heutigen Lebensmitteln eine Minimalzufuhr oft kaum noch möglich ist. Das überschneidet sich ja auch mit den Dingen, die Nils Schulz-Rutenberg in Folge 5 und 6 erwähnt hat aus seiner Praxis. Folsäure kannst du ganz easy im Blut nachmessen. Und der Gehalt deines Blutes, das ist ein Parameter, anhand dessen ein Arzt deine körperliche Leistungsfähigkeit beurteilen kann. Hier sind nochmal die Funktionen von Folsäure im Überblick. Folsäure reguliert die Zellteilung, ist wichtig für die Gewebe- und Blutbildung, ist ein Akteur im Proteinstoffwechsel, verhindert Arteriosklerose, also die Arterienverkalkung und mischt bei allen Wachstumsprozessen deines Körpers mit, zum Beispiel DNA-Aufbau, Zellwachstum, Blutbildung, Knochenmark, Schleimhauterneuerung und natürlich Muskelaufbau. Und wenn du zu wenig davon hättest, wie 80% der Deutschen leider, dann könntest du das merken an folgenden Symptomen, Depressionen, Müdigkeit, Muskelschwäche, fehlende Ausdauer, Vergesslichkeit und solche Menschen haben auch ein erhöhtes Risiko, einen Schlaganfall zu bekommen. Folsäure ist wasserlöslich und besonders Raucher haben einen erhöhten Bedarf. Hier sind 10 Lebensmittel, die viel Folsäure enthalten. Kochte Kidneybohnen, roher Spinat, Linsen, Spargel, Römer Salat, Avocado, Brokkoli, Papaya, Mango und Orangen. Und hier solltest du wissen, dass rein über Lebensmittel die Minimalzufuhr an Folsäure für die meisten Menschen kaum zu schaffen ist. Denn das Besondere an Folsäure ist, dass sie sehr empfindlich ist. Wenn du ein Gemüse zum Beispiel aberntest und dann nur drei Tage lagerst oder transportierst, dann gehen schon 50% der Folsäure, die in diesem Lebensmittel enthalten sind, verloren. Und wenn du ein Stück Obst oder Gemüse zwei Minuten kochst, dann gehen 90% der enthaltenen Folsäure verloren. Ich komme zum letzten der B-Vitamine, das Vitamin B12. Und das gibt dir Herzblut. Davon brauchst du gar nicht so viel. Drei Millionstel Gramm Vitamin B12 am Tag reichen. Aber Vitamin B12 ist überlebenswichtig. Denn gemeinsam mit Folsäure hilft Vitamin B12 dir dabei, immer genügend Blut im Körper zu haben. Wenn du zu wenig Vitamin B12 hättest, dann sinkt die Anzahl der roten Blutkörperchen. Und die versorgen deine Muskeln und alle Organe mit Sauerstoff. Dann würdest du müde und schwach werden. Die gute Nachricht ist, dass ein Vitamin B12-Mangel bei jüngeren Menschen, also denen unter 65, sehr selten auftritt. Und das Praktische ist, dein Körper kann Vitamin B12, das wasserlöslich ist, bis zu 12 Jahre lang in deiner Leber speichern. Und aus diesem Reservoir wird Vitamin B12 dann einfach ausgeschüttet, wenn dein Körper das braucht. Du brauchst dir überhaupt keine Gedanken, um deinen Vitamin B12-Spiegel zu machen, wenn du ab und an mal Milch, Eier, Fleisch oder Fisch isst. Und wenn du dich gesund fühlst. Vitamin B12 ist in tierischen Lebensmitteln enthalten. Deswegen sollten Veganer hier supplementieren. Und das passt dennoch zu einem veganen Lifestyle, denn seit 1956 kann Vitamin B12 auch synthetisch hergestellt werden. Dafür gab es damals den Nobelpreis. So, Funktion nochmal im Überblick. Vitamin B12 ist im Zellwachstum und der Zellteilung beteiligt und wichtig für die Blutbildung. Wer davon zu wenig hätte, der merkt das an Muskelschwäche, Muskelabbau, schnellere Alterung, Vergesslichkeit, Müdigkeit, Schlafstörung und Fettansatz. Lebensmittel, die Vitamin B12 enthalten, sind Rinderleber, Krebse, Makrelen, Austern, Krabben, Rindfleisch, Schweizer Käse, Lammfleisch, Eier und Vollmilch. Vegetarier sollten hier besonders drauf achten, Veganer supplementieren und auch Raucher können das im Hinterkopf behalten, denn die haben auch einen erhöhten Bedarf. Ja, eins der bekanntesten Vitamine ist das Vitamin C und die Superkraft nenne ich mal einfach Omnipotenz. Warum brauchst du Vitamin C? Vitamin C ist ein wahrer Alleskönner und der ist in rund 15.000 Stoffwechselprozessen in deinem Körper beteiligt. Willst du Hormone herstellen? Brauchst du Vitamin C, Nervenbotenstoffe Vitamin C, Bindegewebe, Sehnen und Knochen Vitamin C, Fett abbauen Vitamin C, Vitamin C unterstützt den Fettabbau. Und tatsächlich kann ein Mangel an Vitamin C dazu führen, dass der Fettabbau ins Stocken gerät. Wenn du abnehmen willst und schon alles andere richtig machst, dann könnte das die Ursache sein. Vitamin C ist an der Produktion von L-Carnitin beteiligt. L-Carnitin ist eine Aminosäure, die das Fett in die kleinen Fettverbrennungsöfen deiner Zellen transportiert. Und wenn du genug Vitamin C und genug Eiweiß isst, dann sorgt das für eine gute L-Carnitin-Produktion. Vitamin C räumt auch auf. Es bringt deine Leber dazu, ihre Hauptaufgabe zu erfüllen. Nämlich Schadstoffe aus dem Blut zu filtern. Schadstoffe wie zum Beispiel Quecksilber oder Blei. Vitamin C schützt dich auch. Und zwar vor freien Radikalen. Denk an das Beispiel eben von dem Apfel, den du aufschneidest und dann bestreust. Vitamin C ist also ein starkes Antioxidant. Und es schützt alle deine Körperzellen vor Angriffen mit freien Radikalen. Vitamin C ist auch wichtig fürs Immunsystem. Das hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört. Aber auch für deine gute Laune. Denn Vitamin C stimuliert das Hormon Noradrenalin, das in der Nebennierenrinde gebildet wird. Und das macht dich optimistisch, glücklich und wach. Tja, und wenn du zu wenig davon hättest, dann treten folgende Symptome auf. Müdigkeit, Lustlosigkeit, Konzentrationsstörungen, Reizbarkeit, Muskelschwäche, Muskelschmerzen können auch auftreten und Fettaufbau. Vitamin C ist wasserlöslich und gerade Leistungssportler und Menschen, die sich viel stressen, haben einen erhöhten Bedarf. Das gleiche gilt auch hier für Raucher. Zur Dosierung sagt der Ernährungsmediziner Dr. Strunz folgendes. Nach Meinung vieler Wissenschaftler sind täglich 300 Milligramm Vitamin C die schützende Minimaldosis gegen freie Radikale. Die zusätzliche Entsorgung von Schadstoffen wie Nitraten ist in dieser Zufuhr noch nicht berücksichtigt. 90% der namhaften Ernährungswissenschaftler in den USA nehmen selbst zwischen 1000 und 3000 Milligramm zusätzliches Vitamin C am Tag. Und das zusätzliche Vitamin C bekommst du in der Apotheke ziemlich günstig. Du bekommst natürlich auch über natürliche Lebensmittel Vitamin C reich an Vitamin C ist zum Beispiel die Guave, gelbe Paprika, Grünkohl, rote Paprika, Kiwi, Brokkoli, Erdbeeren, Orangen, Tomaten und die grünen Paprika. Für Vitamin C gilt das gleiche wie für viele andere Vitamine. Es reagiert sehr empfindlich auf Lagerung. Und das bedeutet auch längeren Transport und Kochen. Dann können fast 90% des ursprünglichen Vitamin C verloren gehen. Ein weiteres wichtiges Vitamin ist das Vitamin D. Und Vitamin D ist so wichtig, dass ich eine eigene Folge dazu gemacht habe. Die Folge Nummer 31. Wenn du die noch nicht kennst, empfehle ich dir, die gleich mal anzuhängen. Hier eine kurze Zusammenfassung. Warum brauchst du Vitamin D? Nun, die meisten von uns verbringen die meiste Zeit unseres Lebens hinter Mauern. Mauern aus. Nicht nur Stein, sondern auch aus Glas. Und die Natur hat das natürlich eigentlich nicht so geplant. Denn 80% des Vitamin D, das du brauchst, das bildet dein Körper selbst. Und zwar musst du dazu einfach nur ins Sonnenlicht gehen. Wenn du an einem Sonnentag an den Strand gehst, dann kannst du am Tag schon mal 10.000 bis 20.000 internationale Einheiten, also die Einheit, in der man das misst, selbst produzieren. Tja, und wenn du über die Ernährung Vitamin D aufnehmen möchtest, also über natürliche Lebensmittel, dann schaffst du gerade mal 120 solcher Einheiten. Also knapp ein Hundertstel. Das ist zu wenig. Dein Körper braucht Vitamin D, um deine Knochen stark zu halten und belastbar zu halten. Vitamin D unterstützt auch den Muskelaufbau und die Funktion deiner Muskulatur. Außerdem unterstützt es das Immunsystem und verhindert, dass normale Zellen zu Krebszellen werden. Wenn du zu wenig Vitamin D hättest und in Folge 31 habe ich diverse Studien zitiert, wo Deutsche untersucht wurden, sogar über 1000 Deutsche, eine richtig große Studie und festgestellt wurde, dass ein Großteil dieser Menschen zu wenig Vitamin D hat. So und mögliche Symptome sind dann Infektanfälligkeit, zum Beispiel Schnupfen, Muskelschwäche, Müdigkeit, depressive Verstimmung und auch ein erhöhtes Risiko für Typ 1 Diabetes und Fettleibigkeit. Vitamin D ist fettlöslich und Übergewichtige haben hier einen erhöhten Bedarf. Ich empfehle Vitamin D auch zu supplementieren und hier darfst du auf die Dosierung achten. Mehr dazu findest du in den Shownotes und auch in der Folge 31, da gehe ich nochmal näher auf das Thema ein. Über natürliche Lebensmittel bekommst du auch im begrenzten Umfang Vitamin D zum Beispiel über Fischöl, über Hering, also fetten Seefisch, Lachs, Makrele, über Muscheln, Ölsardinen, Thunfisch, Kaviar, auch Salami enthält Vitamin D und Lyonawurst ebenfalls. Willst du unverwundbar sein, dann hilft dir Vitamin E. Warum brauchst du Vitamin E? Wenn dein Körper von Viren oder Bakterien angegriffen wird, dann verbraucht er mehr Nährstoffe. Alle Vitamine unterstützen das Immunsystem. Die B-Vitamine helfen beim Umbau der Aminosäuren, der Eiweiße, damit die Immunzellen deines Körpers sich vermehren können. Ohne starke Antioxidantien wie Vitamin E und Vitamin C wäre die Immunzelle Eindringling allerdings schutzlos ausgeliefert. Die Fresszelle sichert sich also selbst mit Vitamin C und E, damit sie nicht platzt. Wenn wir in der Literatur nachgucken, dann steht dort Vitamin E erringert das Krebsrisiko, weil es eben als Antioxidanz an der Zellmembran wirkt. Es schützt vor Arterienverkalkung. Es gibt Tierversuche, in denen festgestellt wurde, dass Vitamin E bei diesen Tieren das Leben verlängerte. und es kann die Haut alterung verlangsamen. Wer zu wenig Vitamin E hat, der könnte nervös werden, reizbar, würde merken, dass seine Haut schneller altert, anfälliger für Infekte sein, Muskelschwäche und Muskelabbau sind auch mögliche Symptome. Eine Störung der Schilddrüsenfunktion könnte auftreten und solche Menschen, die zu wenig Vitamin E haben, die haben auch ein erhöhtes Risiko für Diabetes Typ 2 und Krebs. Vitamin E ist fettlöslich und Sportler brauchen mehr davon. Welche Lebensmittel enthalten viel Vitamin E? Nun, das sind Sonnenblumenkerne, Mandeln, Haselnüsse, Tofu, Borellen, Krabben, gekochter Spinat, Avocado, Schwertfisch und Muschel. Jetzt sind wir fast am Ende. Ich komme noch zu den letzten fettlöslichen Vitaminen. Vitamin K bzw. K1 und K2. Die machen dich belastbar und geben dir Titanknochen. Warum brauchst du Vitamin K1? Nun, es wurde festgestellt, dass Vegetarier im Alter wesentlich seltener brüchige Knochen haben als Otto-Normal-Bürger. Und früher fragte man sich, woran liegt das eigentlich? Denn immerhin essen Veganer gar keine Milchprodukte. Jetzt weiß man, woran es liegt und zwar am Vitamin K1. Vitamin K1 ist in fast allen grünen Blattgemüsen reichlich enthalten. Und ohne Vitamin K1 und K2 kann dein Körper kein Kalzium in die Knochen einlagern. Weil Vegetarier so viel Vitamin K1 bekommen, können sie Kalzium optimal verwerten. Und sie brauchen weniger davon. Vitamin K1 ist außerdem für die Blutgerinnung zuständig. Wenn du mit Vitamin K1 versorgt bist, dann verschließen sich Wunden schneller. Egal ob Fleisch auf deinem Teller liegt oder nicht, es ist eine gute Idee, wenn eine ordentliche Portion Grünzeug dabei ist. Wer zu wenig Vitamin K1 hat, der könnte, das merken daran, dass er häufiger Nasenbluten hat, und er würde auch ein erhöhtes Risiko für Knochenabbau und Arterienverkalkung in Kauf Lebensmittel, die viel Vitamin K1 enthalten sind Petersilie, Basilikum, Thymian, Salbei, Sauerkraut, Grünkohl, Löwenzahn, Rosenkohl, Spinat und Brokkoli. Und dann gibt es noch das Vitamin K2. Interessant ist hier, dass die Superkräfte des Vitamin K2 jahrzehntelang übersehen wurden. Man ging damals davon aus, dass Vitamin K1 und K2 genau die gleichen Funktionen im Körper übernehmen. Blutgerinnung und Knochenaufbau. Und da die meisten Menschen viel mehr Vitamin K1 essen als K2, vernachlässigte die Wissenschaft Vitamin K2. Heute weiß man, dass Vitamin K1 sich eher um die Blutgerinnung kümmert, während Vitamin K2 den Calciumstoffwechsel noch besser reguliert und für stahlharte Knochen sorgt. Es gibt neuere Studien, die darauf hindeuten, dass Vitamin K2 weitere lebenswichtige Aufgaben in deinem Körper übernehmen. Zum Beispiel schützt es vor Herzinfarkt, sorgt für schöne Haut, reguliert das Zellwachstum und die Funktion deines Gehirns. Jetzt kann dein Körper zwar Vitamin K1 in Vitamin K2 umwandeln, aber offensichtlich funktioniert unser Stoffwechsel erst dann optimal, wenn wir zusätzliches K2 über die Nahrung zuführen. Hier sind die Top 10 Lebensmittel, die Vitamin K2 liefern. An oberster Stelle stehen sogenannte Natto, das sind fermentierte Sojabohnen, Gänseleber enthält auch viel K2, Hartkäse, Weichkäse, Eigelb, Gänsekeulen, Butter, Salami, Hühnchenbrust und Rinderhackfleisch. So und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich weiß, das war viel Stoff und es war viel Details. Vielleicht ist das ein oder andere bei dir hängen geblieben oder du hast es zumindest mal gehört. Was lernen wir von den Avengers? Was lernen wir von diesen ganzen Superkräften? Erstens, wer die Welt retten will, braucht diese Superkräfte und zweitens, eine einzige Superkraft reicht nicht. Wenn du etwas verändern willst, dann brauchst du sie alle. Und Vitamine entfesseln deine natürlichen Superkräfte. Die ermöglichen erst die Stoffwechselprozesse, die kritisch wichtig sind, wenn du Muskeln aufbauen möchtest, wenn du Fett abbauen möchtest, wenn du Glückshormone produzieren willst und wenn du einfach knackt gut aussehen willst. Mein Ziel mit dieser Folge war, dir eine Idee davon zu geben, welche Aufgabe die einzelnen Vitamine erfüllen und was passieren kann, wenn davon zu wenig da ist. Was ich in den meisten Fällen nicht empfehle, ist die einzelnen Mikronährstoffe, die einzelnen Vitamine isoliert einzunehmen, denn die Nährstoffe sind Teamplayer. Das heißt, du brauchst nicht nur ein B-Vitamin, du brauchst sie alle. Du brauchst nicht nur eine Antioxidant, du brauchst sie alle. Du brauchst alle Mikronährstoffe und am besten ist es, wenn du dabei systematisch vorgehst. Als Bonus zur heutigen Folge findest du in den Shownotes einen einfachen Guide, wie du sicherstellen kannst, dass du jeden Vitaminmangel abstellst. Das ist ein kurzer Ratgeber mit konkreten Empfehlungen zu Nahrungsergänzungsmitteln, aber auch wie du in Zusammenarbeit mit einem Ernährungsmediziner gezielt Mängel abstellen kannst. Das Ganze ist kostenlos und den kannst du dir am Ende der Shownotes runterladen. Und einen Tipp möchte ich dir zum Abschluss noch mitgeben. Diese Folge war ganz schön lang. Ich hoffe, sie war für dich nicht zu lang. Ich habe mich bemüht, das Ganze, was ich in einem sehr dicken Buch nachrecherchiert habe, für dich einfach zu machen. Das Thema Vitamine ist ein sehr komplexes Thema. Und in der heutigen Folge habe ich nur die nötigsten Informationen für dich zusammengetragen. Es ist ein Thema, in das du leicht Stunden, Tage oder gar Wochen Recherchearbeit versenken kannst, ohne dabei handfeste Ergebnisse zu produzieren. Und glaub mir, ich spreche hier aus eigener Erfahrung. Daher empfehle ich dir Folgendes. Nutze die Shownotes zu der heutigen Folge als Nachschlagewerk. Dort habe ich die wichtigsten Infos zu jedem Vitamin für dich zusammengestellt. Und dort kannst du deine Neugier befriedigen, wenn du etwas über ein spezielles Vitamin wissen willst. Was ich dir nicht empfehle, ist jetzt jeden Tag deine Mikronährstoffe zu tracken über Ernährungsdatenbanken oder Excel-Sheets oder sowas. Ich habe das mal ein Jahr lang gemacht. Es hat mich sehr viel Zeit gekostet und es ist nicht so viel dabei rumgekommen. Wenn du so sehr ins Detail gehst beim Tracken, dann bist du sehr ungenau. Was ich dir empfehle, ist drei folgende Schritte. Erstens iss natürliche Lebensmittel, iss viel Obst und Gemüse. Ergänze dann sinnvoll Übernahrungsergänzungsmittel und lass bei Bedarf Mängel durch einen Arzt feststellen und gezielt beheben. Und das war es auch für heute. Ich wünsche dir guten Appetit und eine erfolgreiche Woche. Sponsor der heutigen Folge ist Audible. Audible hat über 150.000 Hörbücher im Angebot, darunter Bestsellerautoren und viele der bekanntesten aktuellen Bücher, Ratgeber und Klassiker. Du kannst die Bücher, die du schon lange lesen wolltest, ganz einfach hören. Zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit. Audible bietet dir ein spezielles Angebot nur für Fitness mit Mark Hörer. Du bekommst die Audible Mitgliedschaft zum halben Preis, wenn du jetzt auf fmmbuch.de gehst. Nicht für ein, zwei oder drei Monate, sondern für ein halbes Jahr. Dieses Angebot gilt nur für Fitness mit Mark Hörer, also geh auf fmmbuch und mach mit. fmm wie Fitness mit Mark und dann buch.de Cool, dass du bis jetzt drangeblieben bist. Falls du Feedback hast zu dieser Show oder Vorschläge für Interviewpartner, die ich in einer der nächsten Folgen interviewen sollte, schick mir eine Mail an podcast at marathonfitness.de Die Show Notes und weitere Infos findest du unter marathonfitness.de schrägstrich podcast und da findest du auch Links, wie du mich über Twitter, über Facebook oder über andere Wege erreichen kannst. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über iTunes oder über Stitcher oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Die beste Möglichkeit dran zu bleiben ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder auf deinen Computer liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf iTunes gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst oder du gehst auf www.marathonfitness.de schrägstrich podcast und klickst auf abonnieren. Wenn dieser Podcast dir gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Gehe auf iTunes, gib mir deine 5 Sterne Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein. Versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderen. bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020